Ihr grosszügiger Mensch. Ich biete gerne anderen Leuten den Platz im Bus an. Auch am Busfahrer. Oder ich spende meine Kleider an Bedürftige. Kinder. Und wenn du Hilfe brauchst, sage ich nicht Nein. Ich laufe einfach weg. Ja, ich kann schlecht Nein sagen. Ich bin wirklich kein Arschloch, wenn es sich verhindern lässt. Aber es gibt solche Situationen, da komme ich an meine Grenzen. Ich meine, wenn ich im Bus, besonders jetzt, so einer im Eingang, fest verwurzelt, stehen bleibt und ich nicht an ihm vorbei reinkomme. Er so mit Blick zum Handy, Kopfhörer bis ins Zentralhirn, so einen Diktator ohne Rücksicht auf andere, so einen Bus, so Lini. Und? Macht er Platz? Nein, er traut sich auf die Seite, zieht den Bauch ein. Du bist kein Geist. Schau, ein 5-jähriges Kind lernt, dass wenn man so macht, man trotzdem noch da ist. Wieso nicht? Das ist so blöd. Das kann ich dir diagnostizieren. Ich bin Heilpädagogin. Geduld und Nachsicht sind in meinem Beruf. Lecker, ich bin so hässig. Ich wäre sicher eine gute Busfahrerin. Einmal, ein einziges Mal, möchte ich egoistisch sein, mich vordrängeln oder stehen bleiben, wenn es mir gerade passt. Aber ich traue mich nicht. Nein, ich gehe höchstens mal, wenn die Warteschlange beim Frauen-WC zu lang ist, auf das Männer-WC. Also, einmal. Und dann bin ich so da gehockt und habe mich nicht mehr rausgetraut, weil ich hätte am Piss-Wafen vorbei müssen. Aber dort sind Leute gestanden. Und je länger ich gewartet habe, desto weniger habe ich mich rausgetraut, weil dann sicher alle denken, leg dich mal gross. Also habe ich mich eingesperrt gehabt, zwei Stunden lang. Aber beim Rauskommen ist niemand im Werk gestanden. Also, was ist dein Problem? Das ist so blöd, als ich mal jemanden hörte sagen, hey, Alter, er ist so dumm, er macht sogar Rechtschreibfehle beim Reden. Wie um alles in der Welt hat dich deine Mami aus sich rausgebracht? Bist du dann also im Ausgang der Gebärmutter gestanden und dachtest, oh, warte, ich ziehe den Bauch ein? Also werde ich zur Geburtshelferin. Ich stupse den Pussolini an, wirf ein Schocki-Stängeli und rufe, holt Stöckli! Er zeigt keine Reaktion. Gut, ich reisse ihm das Handy aus der Hand, wirf es und wiederhole, holt Stöckli! Und tatsächlich, er bewegt sich und ich komme hinein, rufe ihm nachher, Platz, Sitz! Er sitzt, völlig verwirrt, und ich sage, brav, gut gemacht, schau, da ist noch ein Sternlistiger. All das sage ich, laut und deutlich. Natürlich nicht im Bus, weil, ja, der Zug ist abgefahren. Aber hey, dank ihm habe ich etwas richtig gemacht. Social Distancing. Social Distancing. ,, Untertitelung des ZDF, 2020